Hallo Freunde und Willkommen. In diesem Video geht es um den Googles Web Browser Chrome, genauer gesagt um die Erneuerung, die mit der Version 69 herauskam. Und zwar geht es um den neuen Feature, wie Googles Entwickler das nur nennen, das Auto Login. Das ist ein Feature, der zunächst einmal viele Chrome Nutzer auf die Barrikaden bringt, denn dieser Feature meldet den Chrome Nutzer neuerdings ungefragt bei Google an, ob er will oder nicht, also quasi entgegen seinem Willen. Also das bedeutet, dass wenn wir uns an einen Google Dienst anmelden, wie zum Beispiel YouTube hier oder Gmail meinetwegen, loggt Google automatisch, ohne dass wir gefragt werden, auch den Browser selbst bei diesem Account an. Die meisten Chrome User fühlen sich da in ihrer Privatsphäre etwas bisher eingeschränkt, das zu Recht natürlich, denn sie sind es auch. Selbst wenn wir die Browser-Daten löschen wollen, hier den, wie war das, Steuerung, genau, also Browser-Daten löschen, hier sprich unser Browser-Cache, Verlauf, Cookies und so weiter. Das machen die meisten natürlich, um die Spuren, um keine Spuren zu hinterlassen, halt, ja im Normalfall, selbst dann werden die von Google gesetzten Cookies oder Cookie hier, der wird nicht gelöscht, ja, der, wie wir hier sehen können, hier haben wir schon eine Meldung oder eine Wahnmeldung, je nachdem, Anmeldung im Google-Konto bleibt erhalten, ja. Das bedeutet natürlich, dass da hier, wenn wir jetzt die Daten löschen, dass die Reste zurückbleiben, so dass wir bei der nächsten Sitzung vielleicht wieder automatisch an dem Browser hier angemeldet sind. Die große Frage, die das Ganze noch aufwirft hier ist natürlich, wie das mit der Sync-Funktion hier gehandhabt wird, ja, gehandhabt wird mit der Synchronisation halt, ob da vielleicht mit einem falschen Mausklick hier an den angemeldeten Browser-Daten und vor allem was für Daten, ja, welche Daten, ob die von den letzten Login oder alle komplett gesendet werden, synchronisiert, das ist natürlich auch unklar, aber gut, ja, manche Leute sind da, also manche User sind da einfach nur traurig, während andere wiederum zu alternativen Browser treibt, ja. Die Google-Entwickler, die begründen das mit, ja, sie, das soll laut den Entwickler beim Rechner, die durch mehrere Benutzer genutzt werden, ein Cookie durcheinander verhindern. Ja, diese Cookie durcheinander, ja, wurde allerdings erst gar nicht entstehen, wenn der Nutzer dann nicht zwangsweise angemeldet wird. Aber, naja, das ist dann einem selbst überlassen, wie, oder euch, wie ihr da mit umgeht. Allerdings, was ich euch auch noch schnell zeigen möchte, unbedingt, es gibt da eine Hintertür noch jedenfalls, ja, die ich euch zeigen will, wie wir diese Autoanmeldung deaktivieren und auch diese Verknüpfung zwischen die Google-Account und Google Chrome, also unserer Google-Account und Google Chrome selbst aufheben können. Und die will ich euch hier genau, Chrome, Doppelpunkt, Slash, Slash Flex hier, und hier suchen wir einfach nach Account oder Identity, ich mach mal Identity, genau, das ist das, Consistency between Browser and Cookie Jar. Ja, hier haben wir nochmal eine, ja, das Kommentar hier, und das ist jetzt hier auf Default, ja, das bedeutet, dass das aktiviert ist. Wir können das einfach hier desäbeln, zack, und schon, ja, können wir das, genau, erstmal abschalten, wir werden sehen, wie lange diese Option hier noch gibt, vielleicht bis zum nächsten großen Update. Ja, wir müssen jetzt einfach durch hier die Launch Now, also den Browser einmal neu starten, und schon ist es hier diese Option disabled. Ja, das war's auch schon alles. Ich hoffe, dass es für euch hilfreich war. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach ein Kommentar hinterlassen, über ein Like oder Abo, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Stefan. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.